Kein Plan. Ist doch bei jedem unterschiedlich auch. Ist doch für jeden Charakter unterschiedlich auch. Kein Plan. 90? Ist schon viel, ist schon sehr hoch. Aber du rutschst halt ein ganzes Stück weg, also du kannst aber aus keinem Punish mehr kriegen. Nein, du bist zu weit weg. Bei 90 bist du viel zu weit weggerutscht. Oh, ich dachte Dennis wollte gehen, äh, Benno wollte gehen. Aber jetzt wird gemütlich noch. Oh, das ist cool. Oh, nee, oder? Oh, Bro. Oh. 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 Herzlichen Glückwunsch Das ist ein bisschen wie Gator, ein bisschen zu viel Ja, weil er eben nicht Geld gemacht ist, ne? Ja, weil Geld ungemacht ist auch manchmal zu viel. So Dreck hat immer dieser Edge Guard vor den Abwärts. Meinst du der Brule Spieler? Ja, Mann, der Brule-Hütter. Der Brule-Hütter? Ja, So Dreck war ein richtig, richtig guter Mediaspieler auch. Wieso spielt er aber keine Woche drauf? Er hat halt dann zu MASH 4 gespielt. Der war ja auch bei PPT oder so. Bei was? GPM. Ja, seine Freundin hat das organisiert. Deswegen... Ja, das war mein Vater, der so direkt... Der kam irgendwann zu mir... Oh, was hat das denn? Der Tag. Der kam irgendwann zu mir und meinte so, ja, ich will ein bisschen Melee lernen, das Box zu zocken. Ich so, ja, können ein bisschen grinden, können ein bisschen bootcampen. Und dann ist er halt richtig schnell richtig gut geworden, so. Er ist auf Helix Top 32 gekommen. Hat Slim Shady Double Eliminated. Oder? Ne, es war Khan. Er hat Fauster und Till gesehen. Slim Shady war doch früher Dogman. Dann Mario. Dann Doc. Und dann Falken. Falken. Oh. Blatt ist einfach nicht so. Natürlich. Ja. Das ist aber nur Schein, das glücker. Dann sag ich auch schnell, da hatte ich zwei kleine Fliege zu 5. Soll das einfach nicht gerade so glosos gegangen. Dann wird der noch nicht über... Fuck. Das sieht gut aus. Genau das ist kein Herz. Immer ganz kurz an. Also gucken wir mal du. So. Aus dem Bewusstsein. Immer... ... ... ... ... Bro, er war tot war schon. Das ist Swag-Wacket. Aber das Problem ist, es ist zu ähnlich zu normalen Singles, das heißt es wird niemals eine Alternative für normale Singles sein, weil es zu ähnlich ist und wenn du beide spielst, dann werden alle immer sagen, ja, es ist ja nur Samy Singles. Dann werden Leute ganz schnell anfangen, die Frage, warum sie ihre Zeit damit verschwenden, Samy Singles zu spielen. Wenn sie noch Melee geben können, so weißt du, das ist halt... Boah! Ja, ich hab's gesehen. Oh ja, ich hab die Idee gesehen. Okay. Viel Glück. So ist das schön. Ich bin schon gut. Ich bin es schon gut. Ich bin esgerlich, ich bin esgerlich. Erste, um mich zu sagen, ich bin esgerlich. Von Dr.不管, ich bin esgerber, ich bin esgerlich. Und ich bin esgerlich.